Hallo und herzlich willkommen in der Woche 3 unseres Livestreams bei Intersportschrei auf der Wilferdinger Höhe in Pforzheim. Zu unserer aller Sicherheit und dem Kampf gegen Corona bleiben ja unsere Stores bis voraussichtlich 19.04. geschlossen, aber wir sind natürlich trotzdem für euch da und zwar montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr und zwar telefonisch wird erreichbar unter 07 231 42 45 90 oder natürlich dauerhaft per E-Mail unter info-at-schrei.de Ja unsere Stores sind mit toller Frühjahrsware gefüllt und die präsentieren wir euch immer in zwei Livestreams täglich und zwar immer um 10 und dann um 12 Uhr. Ja jetzt haben wir 10 Uhr und Josef ist schon vorbereitet und will euch die Inliner mit Schützer und Helmen zeigen, weil das Wetter bietet sich ja super dafür an. Guten Morgen Josef. Guten Morgen da, hallo, hallo da draußen. Ich begrüße euch auch von meiner Seite aus hier zu dem Thema, was wir ja jetzt gerade relativ heiß haben, das Thema Inlines geht. Was ja der Vorteil, wenn man rausschaut, das Wetter ladet ja geradezu ein, dass wir uns draußen ein bisschen betätigen, ob das jetzt allein ist oder ob das mit der Familie, das ist egal. Ich habe Kinder welche da, ich habe Damen und Herren welche da, nur achtet darauf, die Korrekt können auch Korrektregeln wieder einhalten. Was, wo ich jetzt an sich anfangen möchte, das ist mit einem tollen Schnäppchen, das ist von der Firma K2, ein Freedom 80, das heißt 80 ist die Rollengröße, das heißt der Schuh hat eine 80 Millimeter Rolle, in Kombination mit 80 A ist das auch so eine mittlere Härtegrad, das heißt ihr habt gute Gleiteigenschaften auf dem Asphalt, auch wenn der Asphalt mal ein bisschen rauer ist, dämpft das noch sehr, sehr gut. Zusätzlich haben wir eine Aluschiene drunter, die Aluschiene hat den Vorteil eine sehr hohe Stabilität zu halten und vom Gewicht auch relativ leicht. Wir können, APEG 5 Lager ist mit drin, das ist so ein Mildklasse Qualitätskugellager, was den Vorteil hat, eine sehr hohe Haltbarkeit und Stabilität zu haben, ist also nicht unbedingt so pflegeintensiv wie ein ILQ Lager oder ILQ 9 Lager, das deutlich intensiver ist. Im Oberbau haben wir im Prinzip ein Softboot, was den Vorteil hat, sehr weich und sehr bequem zu sein, das heißt, er lässt sich durch die Schnürung sehr gut an den Fuß anpassen, in Kombination mit der Powerstrip und der Schaftratsche haben wir eine geniale Passform. Hier gibt es, wie gesagt, als Damenmodell, das ist dann der Freedom W oder dann als Herrenmodell, der Freedom Man, ist im Prinzip von der Ausstattung her völlig identisch gleiche, was die Daten hinbetrifft, Aluschiene, 80 mm, 80 A Rolle, Softboot, Powerstrip und die Schaft-Mikro-Verstellung. Vater und Mutter werden damit eingedeckt. Zusätzlich habe ich natürlich an die Kids gedacht, die Kids haben natürlich auch ihre Wünsche, die jetzt gerade so langsam drängeln, die Sonne scheint, die in Leiner Passer nehmen oder habt keine. Da haben wir im Prinzip auch für die Eltern ein sehr, sehr gutes Angebot, das ist der Velocity Junior, den gibt es als Mädchen und als Jungenmodell. Hier habe ich das Mädchenmodell, hier unten das Jungenmodell. Der Vorteil bei dem Schuh, den kann man immer über mehrere Größen verstellen. Das heißt, ich kann einfach hier seitlich draufdrücken und habe ich die Möglichkeit, das über vier Größen ohne Probleme zu verstellen. Das könnt ihr auch bei uns im Online-Shop hotch-rei.de bestellen. Der Schuh kostet normalerweise 99,99 Euro, der Preis momentan in der Aktion 69,99 Euro. Nochmal zum Preis von den Freedom-Modellen. Ihr habt die vielleicht schon gesehen, anstelle 160 Euro kosten die Schuhe jetzt 99,99 Euro. Ah, ist ja klasse. Wie gesagt, ist das Mädchenmodell in der Ausstattung her vergleichbar, wie jetzt die Erwachsenen geht es, allerdings nur mit einem APEC-3-Lager, weil bei Kindern ein APEC-5-Lager von der Qualität ein bisschen zu hochwertig wäre, was den Nachteil hätte, dass die Stabilität darunter leidet. Und Kinder sind ja da nicht so unbedingt darauf bedacht, dass sie jetzt sehr lange und sehr schnelle Geschwindigkeiten fahren, sondern dass man einfach ein bisschen entspannt fahren kann mit den Kindern mal eine halbe, dreifel Stunde draußen im Park. Zusätzlich haben wir eine Kunststoffschiene, was auch mal einen Sturz oder mal in die Ecke werfen aushält. Wie gesagt, APEC-3-Lager in Kombination mit einer 70-Millimeter-Rolle, die auch bei Kindern ein sehr gutes Gleichverhalten hat. Wäre, wie gesagt, das Mädchenmodell, das Jungenmodell. Wie gesagt, der Preis 69,99 Euro anstelle 100 Euro. Und beide Größe verstellbar. Was das Schöne ist bei K2, die gibt es dann in den Größen von 29 bis 34, von 32 bis 37, von 35 bis zu Größe 40. Das heißt, ich habe also ein schönes Spektrum. Die können da auch, wie gesagt, in unserem Online-Shop hot-chreibung.de bestellen. Das heißt, ich bestelle jetzt erst mal die Größe, die mein Kind jetzt aktuell hat und dann kann es reinwachsen. Genau, genau. Ich werde natürlich jetzt nicht hergehen und sagen, wenn das Kind schon 36 hat, dann nehme ich nicht den 32 bis 37, dann nehme ich den 35 bis 40. Genau, super. Was allerdings noch wichtig ist, wo mir auch sehr oft am Herzen liegt, Hand, Elbogen, Knieschützer. Da haben wir auch, wie gesagt, für Erwachsenen von K2-Welsen am Lager, anstelle 25, kosten die jetzt 20 Euro, Handschützer, Ellbogen, Knieschützer. Und auch für die Kinder, was ganz wichtig ist, für 15 Euro Hand, Ellbogen, Knieschützer. Ganz wichtig, ne? Wenn man das mitbestellen, ist dann überhaupt kein Problem. Was natürlich beim Radfahren heute mittlerweile gang und gäbe ist, würde ich auch immer wieder beim Skaten. Ich sehe selber sehr viele Kids, die dann ohne Helm skaten. Es ist halt immer eine Gefahr. Ich würde Ihnen empfehlen, so ein K2 haben wir einen Helm da. Der liegt jetzt bei 35 Euro. Gibt es einmal in dem Pink und einmal in Schwarz. Ist eine ABS-Schale mit einer Vorkanulat in der Teile, in der drin. Ist in der Größe verstellbar, also auch über mehrere Größen anpassbar. Solltet ihr noch Fragen detailliert zu diesen einzelnen Produkten haben, würde ich mich freuen, wenn ihr uns direkt anrufen könnt. Die Doro sagt euch im Nachhinein nochmal die Telefonnummer. Die sagt, Erwachsenen, es geht 99,99 Euro, Kinder, es geht 69,99 Euro, Schützer 35, beziehungsweise 15 Euro und die Helme. Ich bedanke mich bei euch und ich wünsche euch viel Spaß. Ich würde mich freuen, ich sage mit Daumen hoch. Und wenn ihr eine Frage habt, ruft mich einfach an. Danke, tschüss. Klasse, herzlichen Dank, Josef, für deine umfangreiche Informationen, die du uns hier gegeben hast. So sind wir also ideal ausgerüstet für unseren Ausflug mit der Familie. Ja, und Josef hat es schon gesagt, ihr könnt uns erreichen, telefonisch und alles bei uns bestellen. Auch nochmal, wenn ihr Fragen habt, sind wir natürlich gern bereit, euch da nochmal zu beraten. Unsere Telefonnummer 07231 424590. Oder wenn ihr schon genau wisst, was ihr wollt, dann gern auch per E-Mail unter info.schrei.de. Josef hat auch angesprochen, dass wir unseren Hot-Schrei mit der ganzen Ware gefüllt haben. Also hot-schrei.de, unser kleiner Online-Shop, über den ihr auch gern mal bestellen dürft. Oder auch die alten oder vorherigen Produkte nochmal angucken könnt, was wir da so alles präsentiert haben. Ja, und dann, falls ihr wollt, könnt ihr natürlich auch gern unseren WhatsApp-Live-Chat in Anspruch nehmen. Da zeigen wir euch gerne auch live, was wir alles sonst noch im Lade haben. Zu jeglichen sportlichen Aktivitäten können wir euch ja ausrüsten. Also da seid ihr gern auch eingeladen, dann Termin mit uns zu vereinbaren. Ja, und dann, wie geht es denn jetzt mit der Lieferung? Denn wir sind ja geschlossen. Das Ganze geht kontaktlos. Entweder versenden wir euch die Ware kostenfrei zu euch nach Haus. Und ihr könnt auch, falls es dann doch nicht passen sollte, auch die Ware kostenlos wieder zurückgeben. Wer es ganz besonders eilig hat und aus der Region kommt, der darf die Bestellung auch kontaktlos bei uns abholen. Und genaueres erfährt ihr dann, wenn ihr bei uns bestellt. Ja, das Rückgaberecht haben wir extra im Moment auch verlängert. Ihr könnt bis 30.04.2020 zurückgeben. Und ja, wir bedanken uns jetzt nochmal bei euch, dass ihr da wart. Wir freuen uns, dass ihr immer wieder einschaltet. Und wir sehen uns heute Mittag nochmal mit Josef. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.